so hallo zusammen ich bin mal wieder beim achim in castrop der hat mal wieder zwei mopeds rausgeholt die wir vorstellen werden wir fangen mal an heute mit einer k 50 sl von 1977 richtig originale ohne blinker sehr schön restauriert hat 12.787 kilometer auf dem tacho wollen wir einen startversuch unternehmen ja ist eigentlich im originalzustand neu aufgebaut kann man so nicht viel zu sagen gibt es nichts daran auszusetzen tolle maschine recht selten in dem zustand original klasse 4 6,25 ps 19er vergaser drauf das übliche vorne die schwinggabel tolles teil funktioniert alles so weit so so